Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die ArcTan 2 Funktion in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos zu Funktionen in Google Sheets, aber natürlich auch zu Google Slides und Google Docs. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Für die ArcTan 2 Funktion habe ich hier auch schon eine Beispieltabelle vorbereitet. Und zwar habe ich hier einfach mal x- und y-Werte einer linearen Funktion aufgelistet und habe das in ein Diagramm gepackt. Und da sehen wir hier diese lilane Linie, wo quasi die ganzen Werte dargestellt werden in einem Diagramm. Denn die ArcTan 2 Funktion kann ausgehend von einem Punkt, also von einem xy Punkt, den Winkel zwischen der Gerade, die durch den Punkt verläuft, eben zur x-Achse berechnen. Also das heißt, die x-Achse ist ja die waagerechte Achse. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meiner linearen Funktion einen Punkt habe, kann die ArcTan 2 Funktion den Winkel berechnen von dieser Linie in dem Punkt, die durch den Koordinatenursprung geht. Das heißt, wir können dann in der Funktion einen Punkt angeben, also einen xy Punkt, zum Beispiel 1,1. Und die Funktion berechnet dann den Winkel der Geraden oder auch der linearen Funktion, die durch diesen Punkt und den Koordinatenursprung, also Punkt 0,0 geht, und berechnet dann den Winkel zwischen dieser Geraden und der x-Achse, sprich der waagerechten Achse im Koordinatensystem. Und wenn ihr diese ArcTan 2 Funktion verwenden wollt, gebt ihr einfach in eure Zelle ist gleich ArcTan 2 ein, öffnet die Klammer und müsst dann lediglich den x- und den y-Punkt angeben. Also ihr gebt dann den x-Punkt an und setzt ein Semikolon und setzt dann noch den y-Punkt. Ihr könnt das auch direkt in die Zelle schreiben. Oder ihr schreibt den Zellbezug in der 1-Notation in die Zelle rein, schließt die Klammer und drückt Enter. Und schon wird mir hier der Wert ausgegeben, denn dieser Wert ist der Wert des Winkels im Gradmaß, nicht im Winkelmaß. Und wenn ihr das Ganze dann in einen Winkel umrechnen möchtet, also sprich das mit den 360 Grad zum Beispiel, dass eben eine volle Umdrehung 360 Grad sind, dann müsst ihr die Gradfunktion verwenden, gebt das dann dort einfach an und die Gradfunktion rechnet das dann in einen wirklichen Winkel um. Und hier gibt jetzt die Funktion einen Winkel von minus 135 Grad aus. Und wenn man sich das einmal anguckt und vorstellt, also der Punkt 1010 ist ja hier im Koordinatensystem und jetzt wird quasi der Winkel hier zwischen dem Punkt, beziehungsweise der Geraden und der x-Achse, und das ist dann hier quasi dieser Winkel, wenn ich jetzt keine negativen Werte hätte, sondern wenn ich die positiven Werte verwenden würde, also ich gebe hier einmal die Werte für den positiven Bereich an, also Punkt 1010, dann würde hier als Ergebnis 45 Grad rauskommen, das ist dann eben genau die Winkelhalbierende sozusagen, die dann hier eben entsprechend den Winkel 45 Grad aufweist zur x-Achse. Ist, wie ich finde, eine nette Spielerei, also dass man damit direkt den Winkel berechnen kann. Wo man das jetzt genau verwenden kann, weiß ich tatsächlich nicht, wo einem das was bringen würde, vor allem da es ja doch relativ eingeschränkt ist mit, es ist ein Punkt, der durch den Koordinatenursprung geht und da dann der Winkel berechnet wird, ist, denke ich, hilfreich, wenn man gerade in der Schule sitzt oder so und dann eben damit zum Beispiel, ja, Geometrie oder Ähnliches lernen möchte. Ist aber trotzdem eine coole Funktion und deswegen habe ich dir auch einmal in dem Video vorgestellt. Das war es dann auch zur Arctan 2-Funktion in Google Sheets und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.